Ich sitz auf den Frostboden, nasche ein paar Kostproben von den Gummibärchen, warte dabei auf den Postboden, denn ich hab mir was bestellt für viel Geld aus dem Internet. Dabei schmilzt mein Kontostand geschwinder als mein Winterspeck. Langsam friert mein Hinterheck, leg mich gleich ins Kinderbett. Wo bleibt dieses Dealbook-Mann, nachdem ich mir die Finger leck? Okay, also hier haben wir dann das Paket, machen wir es mal auf. Das ist dieser hübsche Zavi-Karton, aber nicht von Zavi bestellt, sondern von Privat. Wie ihr sehen könnt, ist das das schöne Hook-Steelbook aus Italien. Danke lieber Micha für deine super Vorstellung und Präsentation. Hast mir richtig Hunger auf das Ding gemacht und ja, da musste ich natürlich dann auch zuschlagen. Dann war ich noch im Saturn gewesen und hab mir die dritte und leider letzte Staffel von Hannibal gekauft. Meine absolute Lieblingsserie und dazu wird es dann auch noch ein Special geben. Aber zuerst muss ich mir natürlich die letzte Staffel angucken. Die ersten beiden Staffeln waren grandios, absolut geil, absolut genial. Aber leider keine große Fanbase erreicht und deshalb abgesetzt worden. Sehr, sehr schade. Außerdem mit der Post kamen noch meine beiden Terminator Genesis oder wie mein geschätzter Kollege sagen würde, Genesis von Film Arena an. Diese werde ich jetzt noch nicht aufmachen, da ich mir von Novamedia, HD CETA und Kimchi DVD natürlich die restlichen Terminator Steelbooks auch bestellt habe. Die kommen in nächster Zeit raus und wenn die dann mal alle eingetrudelt sind, dann werde ich da ein Special dazu machen. Hier sehen wir Kimchi DVD Exclusive Nummer 24 Whiplash. Ich habe mich für den weißen Fullslip entschieden, der gefiel mir einfach am besten. Wie man sehen kann, ist hier sogar die Spinne geprägt und gestanzt. Und auf der Rückseite haben wir dann auch die Limitierungskarte. Ich habe die Nummer 182 von 1000. Hier sehen wir noch die beiden Mondo X Steelbooks. Diese Reihe sammle ich natürlich auch, da mir die Artworks sehr gut gefallen. Hier haben wir Nightcrawler und Total Recall. Ich finde es echt super, dass in verschiedenen Ländern verschiedene Editionen erscheinen, die offiziell zur Reihe gehören. Und bin gespannt, was da in Zukunft noch auf uns zukommt. Ja, wie man sehen kann, war das mal wieder eine recht erfolgreiche Sammlerwoche für mich. Da schlägt das Steelbook Herz höher. Viele tolle Editionen dabei. Dazu noch Hannibal, finale Staffel. Ich freue mich schon wahnsinnig darauf und bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Servus!